London Olympiasieger Robert Harting hat im Diskuswettbewerb des Diamond League Meetings in Rom die EM-Normen 64,00 Meter geknackt. Durch seinen fünften Platz mit 64,64 Metern bewarb sich der Berliner für einen von drei Startplätzen des Deutschen Leichtathletikverbandes bei der Heim-EM in Berlin, 7. Bis 12. August. Harting verbuchte seinen stärksten Wurf bereits im zweiten Versuch und verbesserte seine Saison-Bissleistung um 97 cm. Svorener Sieger wurde der jahresbeste Fedrik Dekes, Jamaika, mit 68,51 Metern vor Weltmeister Andrius Gutzius aus Litauen, 68,17. Vor Hartings Start in Rom hatten in seinem Bruder und Rio Olympiasieger Christoph Harting, 67,59, der in Rom nicht im Teilnehmerfeld war, sowie Martin Wierig, 66,98, David Wrobel, 65,98, und der Olympia-Dritten Daniel Jasinski, 65,91, schon vier deutsche Diskuswerfer die EM-Norm erfüllt. Wer die drei DLV-Startplätze bei der EM einnimmt, entscheidet sich Ende Juli nach der DM in Nürnberg. Über 3000 Meter Hindernis durfte sich Europameisterin Gesa Felicitas Krause im Stadio Olimpico ebenfalls über die Erfüllung der EM-Norm 9,45,00 freuen. Die Triererin kam nach 9,39,52 Minuten als 14. ins Ziel. Für ein Ausrufezeichen sorgte im gleichen Rennen die Olympia-Zweite Huwin Kiyeng, die Kenianerin verbesserte die von ihrer Landsfrau Beatrice Chepkech erst kürzlich in Shanghai gelaufene Weltjahresbestleistung um fast drei Minuten auf 9.04,96. Im Stabhochsprung reichte Ex-Weltmeister Raphael Holsteppe die Einstellung seiner Saison-Bestleistung von 5,62 m für einen guten dritten Platz. Punkt. Den Sieg sicherte sich Weltmeister Sam Kendricks aus den USA, der seine Saison-Bestmarke auf 5,84 hochschraubte. Punkt. Den Sieg sicherstellen.